Ja, sehr verehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste, im Namen von Paldigi darf ich Sie ganz herzlich begrüssen zu unserem heutigen Open Hearing. Wir führen nicht das erste Mal ein Open Hearing durch, einige von Ihnen kennen unsere Plattform schon. Für uns ist es wichtig, dass sich Leute aus dem Parlament mit Fachleuten aus der Wirtschaft, aus den verschiedenen Bundesämtern, mit den Medien öffentlich austauschen können und deshalb gehört es für uns auch dazu, dass wir gefilmt werden und ich denke, es ist wichtig, wir setzen uns ja bei Paldigi immer für Transparenz ein, wir diskutieren nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wir sind offen und auch dieses Thema der Netzsperren, das wir heute diskutieren, gibt sicher zu sehr vielen Diskussionen Anlass. Zuerst möchte ich meinen Go-Präsidenten Franz Grütter entschuldigen, er hat leider eine andere Verpflichtung, aber deshalb haben wir ja ein Go-Präsidium, in dem wir uns eben auch gegenseitig ersetzen können. Das heutige Thema Netzsperren im neuen Geldspielgesetz, ist es wirkungsvoll oder untauglich, das löst Emotionen aus. Die Diskussionen finden statt und wir sind ja sehr aktuell in diesem Thema, weil die zuständige Rechtskommission des Nationalrates ja im Januar dieses Thema diskutieren wird und ich auch spüre, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Parlament spreche, dass die Meinungen noch nicht überall gemacht sind und deshalb erachten wir es von Paldigi als zielführend, mit Ihnen als Fachpersonen konstruktiv, aber durchaus auch mit sehr unterschiedlichen Haltungen das Thema hier zu diskutieren. Um was geht es dann schlussendlich? Wir sind ja im Moment in verschiedenen Gesetzesrevisionen im Parlament. Aktuell stellt sich jetzt wirklich die Frage, einerseits ist das Geldspielgesetz geeignet, um über eine Netzsperre zu diskutieren oder wenn schon, gehört das allenfalls an einen anderen Platz oder sagen wir ja zu Netzsperren, weil wir Angst haben, dass sonst der Schweizer Sport zu wenig Geld hat, aber auf der anderen Seite lösen Netzsperren im Internet, das ja offen ist, grosse Ängste aus in unserem Land. Was heisst das? Werden dann zukünftig Leute, die sich nicht ganz an das Spielverbot halten, in die gleiche Kategorie wie Pädophile gesteckt? Diese Themen wollen wir heute mit Ihnen diskutieren und ich darf ganz herzlich begrüssen für drei Einführungsreferate. Dr. Michel Bösser, Verantwortlicher für Geldspiele, Lotterien und Wetten beim Bundesamt für Justiz. Dann Professor Florent Duvenier, er ist zuständig für den Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht an der Universität Zürich und Professor Burkhard Stiller, Institut für Informatik, Universität Zürich. Diese drei Fachpersonen werden aus ihrem Blickwinkel eine Einführung ins Thema machen und im Anschluss wird dann unser Geschäftsführer Matthias Stürmer, dem ich ganz herzlich danken möchte für die Organisation dieses Anlasses, die offene Diskussion moderieren mit je zwei Personen pro Netzsperren und zwar sind hier Frau Nastasia Nussberger, Projektleiterin Onlinespiele eidgenössischer Spielbankenkommission, herzlich willkommen. Und Dr. Roger Fasnacht, Direktor von SwissLoss und auf der anderen Seite Contra-Netz-Sperren Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer SWIKO und Michael Hausding, Security Expert von SWIKO. Ich möchte nicht mehr länger werden, sondern gleich ins Thema einsteigen und darf zuerst Herrn Dr. Michel Bösser das Wort erteilen.